Nicht immer müssen es die großen, fantastischen Effekte sein. Mit kleinen und vielleicht sogar subtilen Bewegungen kannst du auch Aufmerksamkeit schaffen. Wir sehen uns heute mal das Bewegungsfahrtwerkzeug an, die neue Live-Vorschau und auch ein bisschen die Bewegung im 3D-Raum. Hallo, ich bin Nadine von Aquasoft. Ja, wie schon angekündigt, möchte ich euch in diesem Video die kleinen, feinen Dinge zeigen, die vielleicht auch nicht gleich auffallen. Es soll um die Bewegungspfade gehen. Und wie auch schon in den letzten Videos, werde ich in diesem Video auf neue Funktionen aus Diashow 12 eingehen. Genauer gesagt die Live-Vorschau, die ihr jetzt nicht mehr nur in Stages, sondern auch in Diashow habt. Und auch nochmal auf das Thema 3D werden wir kommen. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten Beispiel, nämlich ein Hirsch neigt den Kopf. So habe ich das genannt. Ich zeige euch mal kurz die Vorschau, wie das aussieht. Ihr seht, es schneit und der Hirsch wackelt so leicht mit dem Kopf. Wenn ich das jetzt in der Vorschau abspiele, sieht es vielleicht noch ein bisschen eleganter aus. Jetzt wiegt der so sanft den Kopf und auch der Körper bewegt sich gleich nochmal leicht. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Ich muss dazu sagen, die größte Arbeit wird vermutlich die sein, das Bild auseinander zu nehmen. Also, dass ihr hier den Schnee habt, ohne den Hirsch. Und dann den Kopf und den Körper einzeln. Diese Arbeit kann euch leider Diashow und auch Stages nicht abnehmen. Das müsstet ihr in einem Grafikprogramm machen. Wenn da Bedarf bei euch besteht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich vermute mal, einige von euch haben bestimmt auch Photoshop. Und wenn nicht, dann gibt es ja auch noch kostenlose Alternativen. Und alle beherrschen das Ausschneiden und auch das Einfüllen von Inhalten. Das muss auch nicht so super perfekt sein. Ihr seht es ja an meinem Beispiel. Das ist auch nur ganz schnell ausgeschnitten mit dem automatischen Ausschneidewerkzeug von Photoshop. Aber zum Üben könnt ihr euch diesen Hirsch auch aus dem Blog herunterladen. Ich habe für euch den Hintergrund, den Kopf und den Körper zum Download im Blog verlinkt. Aber lasst uns jetzt erstmal loslegen. Also, wir beginnen mit einem Kapitel. Das ziehen wir in die Timeline. Und in das Kapitel fügen wir jetzt die Bestandteile ein. Jetzt, wo noch alle Bestandteile markiert sind, gehen wir sicher, dass die Einblendung deaktiviert ist. Und die Dauer können wir dann gleich schon mal so auf 10 Sekunden stellen. Und jetzt ordnen wir das Ganze so an, dass der Hintergrund ganz oben liegt. Dann folgt der Kopf und dann der Körper. Jetzt passt der Hintergrund und auch der Vordergrund nicht so gut ins Seitenverhältnis. Aber ich werde mal nur den Hintergrund einpassen. Und den Rest lasse ich hier so stehen. Dafür zeige ich euch dann danach noch eine Lösung. Das Werkzeug, was wir jetzt am allermeisten brauchen werden, ist die manuelle Eingabe. Die manuelle Eingabe bekomme ich mit der Tastenkombination STRG und M. Oder über Ansicht, Steuerelemente, manuelle Eingabe. Und diese manuelle Eingabe werden wir noch sehr oft brauchen. Deshalb fixiere ich mir die mal hier in der Ansicht. Das mache ich ganz gerne hier im Bereich Eigenschaften. Da mache ich dann so, dass die manuelle Eingabe einfach in einem weiteren Tab ist. So, der Hirsch soll ja den Kopf so leicht neigen. Und dazu brauchen wir erstmal nur eine Sache machen. Und zwar hier unter Drehung bei der Z-Achse einen Wert einstellen. Zum Beispiel minus 2. Jetzt neigt er schon mal seinen Kopf. Der Kopf, der hängt natürlich an dem Körper. Und wir haben es jetzt so angeordnet, dass der Körper hier unten ist. Ich glaube aber, es wäre besser, wenn wir den Körper hier auch sehen können. Deswegen mache ich den mal in die Spur zwischen dem Hintergrund und dem Kopf. Und wenn das mal ein bisschen komisch aussieht, zoomt hier ruhig ein bisschen rein. Und dann könnt ihr auch die Position etwas verschieben. Die Position könnt ihr übrigens auch mit den Pfeiltasten ganz, ganz fein justieren. So, dass es wieder einigermaßen passt hier mit den Kanten. Jetzt habt ihr ja den Kopf des Hirsches so leicht geneigt. Jetzt können wir die zweite Bewegungsmarke hinzufügen. Wer noch gar nichts von Bewegungsmarken gehört hat, der Bewegungsfahrtmodus, das ist der Modus, der hier im Layoutdesigner eigentlich standardmäßig aktiv ist. Deshalb habe ich das jetzt einfach übersprungen. Aber ihr solltet, bevor ihr etwas animieren wollt, schon sicher gehen, dass der aktiviert ist. Das war er jetzt bei mir. Und deshalb kann ich jetzt, wenn ich hier auf das Plus-Symbol klicke, eine neue Bewegungsmarke hinzufügen. Das mache ich jetzt mal. Und ihr seht, dass diese zweite Marke schon so ziemlich versetzt zur ersten eingeblendet wird. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich eher, dass die genau übereinander liegen. Da seht ihr jetzt zwei Sekunden. Das ist der Zeitwert, den quasi der Kopf von der ersten Marke zur zweiten Marke benötigt. Zwei Sekunden. Vielleicht sollte diese Bewegung mal etwas länger dauern, vielleicht so vier Sekunden. Das gebe ich jetzt mal ein. Und wir wollen keine Größenänderung, keine Positionsänderung. Wirklich nur diese leichte Drehung. Und da stelle ich jetzt mal statt minus zwei ein, einfach eine Eins. Und jetzt seht ihr schon, der Kopf neigt sich. Aber dadurch, dass dahinter ja die erste Marke schon liegt, sehen wir jetzt gar nicht mehr so gut, ob der Kopf da noch anschließt. Ob das noch alles passt. Und da kommt jetzt die Live-Vorschau ins Spiel. Die müsst ihr nämlich erst mal aktivieren. Das ist hier bei diesem Auge-Symbol. Da klicke ich mal drauf. Und jetzt kann ich den Playhead bewegen. Und sehe hier auch schon so ein bisschen meine Vorschau. Und ich ziehe mal den Playhead an das Ende meiner Animation. Und da kann ich ganz gut erkennen, dass die Position nicht so ganz stimmt. Und da korrigiere ich jetzt mal mit den Pfeiltasten. Wichtig ist, dass die Marke auch ausgewählt ist, die ich korrigieren will. Und verschiebe den Kopf mit den Pfeiltasten so ganz leicht, dass es wieder passt. Und jetzt können wir nochmal gucken, ob das geholfen hat. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also der Hirsch neigt den Kopf ganz leicht. Und jetzt können wir nochmal eine neue Marke hinzufügen. Auch wieder über das Plus-Symbol. Wichtig ist, dass die dann wieder auf der Marke davor liegt. Wenn ihr es nicht ganz genau hinbekommt, mit dem Mauszäger könnt ihr, wie gesagt, mit den Pfeiltasten dann noch nachjustieren. Und jetzt möchte ich, dass die Drehung nicht auf der Z-Achse erfolgt. Da stelle ich 0 ein. Sondern mal auf der Y-Achse. Und ihr werdet gleich sehen, dass das bewirkt. Das ist quasi so eine Drehung im 3D-Raum. Aber ganz so krass, wenn wir es natürlich nicht machen. Also stelle ich hier auch einen ganz geringen Wert nur ein. Das soll halt auch nicht zu realitätsfern wirken. So, und den Zeitwert setze ich auch mal etwas höher. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. In der richtigen Vorschau, nicht in der Live-Vorschau. Wenn das jetzt erledigt ist, dann klebe ich mal die beiden Körperteile wieder aneinander. Denn ich möchte sie zusammen bewegen, also den gesamten Hirsch. Wie verklebe ich die Teile? Ich markiere sie beide und setze sie dann in eine Flexikolage. Natürlich müssen sie dann auch wieder untereinander angeordnet sein. Und jetzt kann ich erstmal die ganze Flexikolage so ein bisschen vergrößern. Dass der Hirsch hier besser ins Bild passt. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt auch nochmal dem Hirsch im Gesamten eine Animation geben. Oder zumindest eine kleine Bewegung. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich füge nochmal eine Bewegungsmarke hinzu. Diese Bewegungsmarke bezieht sich jetzt auf die gesamte Flexikolage. Also nicht auf Einzelteile des Hirsches, sondern auf das, was wir jetzt zusammengeklebt haben. Und da soll der Hirsch einfach so ein kleines Stückchen wieder nach rechts gehen. Und sich vielleicht auch noch so ein ganz kleines bisschen hier auf der X-Achse bewegen. Und vielleicht auch noch ein bisschen auf der Y-Achse. Und um zu kontrollieren, wie das jetzt aussehen würde, benutze ich mal den Playhead und die Live-Vorschau. Und so richtig gefällt es mir noch nicht. Ich glaube, ich möchte, dass die Bewegung erst startet, wenn der Kopf mit seiner Bewegung einigermaßen fertig ist. Wir wissen ja, dass die Bewegung des Kopfes bei 8 Sekunden endet. Deshalb stelle ich hier mal für den Anfang dieser Bewegung der Flexikolage 7 Sekunden ein. Und für die zweite Marke 10 Sekunden. Das heißt, dass die Bewegung bei 10 Sekunden dann auch fertig ist. Jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Also das ist wirklich sehr ruhig und sehr subtil. Und ich glaube, ich werde hier für die zweite Marke die Drehung sogar noch etwas verringern. Dass es wirklich noch subtiler wird. Aber ein bisschen kitsch muss sein. Und deshalb füge ich jetzt noch den Schnee hinzu. Ich habe festgestellt, dass der Schnee aus den Natureffekten einfach super dazu passt. Deshalb ziehe ich den jetzt mal in die unterste Spur und zeige euch das nochmal. Ist doch schön, oder? Wenn wir das jetzt haben, dann können wir zum zweiten Beispiel übergehen. Das möchte ich euch nochmal ein bisschen genauer zeigen. Und zwar setzen sich hier die Bildteile zusammen. Und die Frau hebt dann auch nochmal den Kopf. Daneben findet ihr dann nochmal den Namen der Künstlerin und eine kleine Erklärung. Und unter dem Bild den Titel des Bildes. Warum habe ich jetzt gerade das Beispiel ausgewählt? Ganz einfach. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ihr die Bildteile ausschneiden müsst. Und wenn ihr das getan habt, den Hintergrund füllen müsst. Diese Übung kann manchmal bei Fotos ein bisschen kompliziert sein. Aber ein gutes Übungsmaterial sind Gemälde. Denn da kommt es ja manchmal vor, dass der Hintergrund einfach eine Fläche ist. Und auch das Ausschneiden fällt ein bisschen leichter. Dann kommt noch hinzu, dass das MET-Museum einige seine Bilder unter die Creative Commons Lizenz gestellt hat. Und es somit ausdrücklich erlaubt, dass ihr die Kunstwerke bearbeitet und auch weiterverwendet. Und da könnt ihr euch quasi ein Bild aussuchen. Das liegt auch in super hoher Auflösung vor. Und da könnt ihr die kleinsten Details ausschneiden und animieren. Ich würde euch den Tipp geben, sucht euch dort ein Bild aus. Ich habe wie immer am Blog verlinkt, wo ihr suchen müsst. Ladet euch das Bild herunter und schneidet es euch aus. Wenn ihr das habt, wie gesagt, dann ist wieder mal der größte Teil der Arbeit erledigt. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ich hatte hier diese Zeichnung. Und da habe ich wieder das Motiv aufgeteilt, einfach in den Kopf und in den Körper und dann natürlich in den Hintergrund. Und bei der Animation ist es jetzt so, dass alle Bildteile quasi erstmal zusammenkommen. Und dann die Frau nochmal so leicht den Kopf hebt. Und wenn es euch auffällt, die Wange errötet dann zum Schluss nochmal so leicht. Jetzt bauen wir das Ganze mal zusammen, Stück für Stück auf. Ich brauche wieder ein Kapitel. In das Kapitel hole ich mir ein Rechteck. Das dient jetzt einfach als Hintergrund. Und für den Hintergrund habe ich gedacht, ich mache mal keinen einfarbigen Hintergrund, sondern einen Verlauf, bei dem ich mich so ganz grob am Lichtfall der Zeichnung auch orientiere. So, und dann kann schon die einzelnen Bildteile folgen. Auch hier wieder unbedingt darauf achten, dass die Einblendung ausgeschaltet ist. Und die Dauer können wir auch wieder gleich anpassen. In die oberste Spur kommt hier mein Hintergrund. Den platziere ich auch gleich erstmal dort, wo er dann am Ende liegen soll. Dann platziere ich mir hier die Bildteile. Und dann kommt noch der Text. Den kopiere ich mir jetzt aber einfach mal schnell aus meinem schon fertigen Beispiel. Ihr seht ja, für den Text habe ich auch einen Bewegungspfad eingesetzt. Dass der Text nicht schon vorher dasteht, sondern auch erst erscheint, wenn sich das Bild aufbaut. So, und jetzt zu den einzelnen Bewegungen der Elemente. Vorhin habt ihr gesehen, dass meine Elemente erstmal einfliegen. Also die kommen hier alle rein. Und man würde ja denken, ich müsste jetzt den Kopf hier nochmal einfliegen lassen. So ist es aber nicht. Wir kleben das genauso wie beim Hirsch eben auch später noch zusammen. Also das, was ich jetzt zuerst mache, ist einfach nur wieder die Neigung des Kopfes. Da zoome ich jetzt mal hier ein bisschen rein. Und gehe wieder in meine manuelle Eingabe. Die haben wir ja hier noch eingebaut. Und dann schaue ich einfach mal, was gut aussieht. Also vielleicht eine leichte Drehung auf der Y-Achse, aber wirklich nur ganz leicht. Und das gleiche versuche ich jetzt mal auf der X-Achse und auch auf der Z-Achse. Und jetzt füge ich wieder eine neue Marke hinzu und stelle auf jeden Fall sicher, dass diese beiden hier übereinander liegen. Und jetzt, wo ich mir so die Zeitmarken anschaue, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Kopfbewegung nicht sofort einsetzt, sondern etwas verzögert. Denn wir wollen ja das Ganze erstmal einfliegen lassen und diese Zeit müssen wir natürlich auch einplanen. Also ich würde sagen, diese Bewegung soll erst nach drei Sekunden beginnen. So trage ich hier drei ein. Und sie soll auch nicht nur zwei Sekunden dauern, sondern vielleicht ein bisschen länger. So, und jetzt schiebe ich aber diese beiden Marken wirklich genau übereinander. Jetzt wäre es ganz gut, wenn wir nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich passt. Dazu ziehe ich den Körper jetzt doch nochmal hier in diese Spur und gucke mir das Ganze nochmal an. Ja, da ist jetzt genau gar nichts passiert, weil ich einfach nicht aufgepasst habe und hier natürlich die Werte nicht geändert habe. Die muss ich jetzt natürlich mal hier alle erstmal auf Null stellen. So, damit euch das nicht passiert, lasse ich diesen Patzer aber im Video drin. Dann könnt ihr aus meinen Fehlern auch lernen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich glaube, ich möchte diese Bewegung umkehren, das geht auch. Und zwar klickt ihr dann mit der rechten Maustaste hier auf die Marke, geht auf Fahrt bearbeiten und dann auf Umkehren. Und jetzt läuft die Bewegung quasi andersherum ab. So, und jetzt wollten wir ja, dass alles nochmal so schön einfliegt. Dazu kleben wir jetzt wieder den Kopf und den Körper zusammen mit einer Flexi-Collage. Ich verkleinere hier die Ansicht nochmal um ein gutes Stück. Jetzt mache ich mir dieses Umkehren wieder zunutze. Ich füge mal eine neue Marke hinzu. Und ich deaktiviere nochmal hier meine Live-Vorschau, damit ich auch sehe, was ich tue. So, jetzt wissen wir ja, dass diese Bewegung ungefähr drei Sekunden andauern soll. Da trage ich jetzt auch mal die drei Sekunden schon ein. Ich mache das hier ein bisschen größer, denn ich denke, es wäre ganz gut, wenn das von der Seite erst etwas größer ist und dann kleiner wird. Und dann kann ich mal so richtig schön hier mit der Drehung mich ausleben und das erstmal richtig kräftig machen. Und dann wollen wir aber nicht, dass die Figur aus dem Bild heraus geht, sondern umgekehrt, dass sie in ihr Bild hineingeht. Und deswegen kehre ich diesen Pfad jetzt auch nochmal um. Da haben wir halt den Vorteil, dass später alles ganz genau passt. Schauen wir uns gleich mal die Vorschau an. Seht ihr? Dann passt das alles ganz gut. Und natürlich soll auch unser Hintergrund nicht zu kurz kommen. Da machen wir jetzt das Gleiche. Wir lassen den hier so schön liegen, damit auch alles gut passt. Fügen eine neue Marke hinzu. Ich würde sagen, da stelle ich mal ein 2,8. Der soll etwas schneller fertig sein, sozusagen. Auch wieder nochmal die Live-Vorschau deaktivieren, dass ich weiß, was ich hier tue. Und da geben wir auch mal eine schöne Drehung für die Y-Achse ein. So, der kann von hier oben kommen. Warum nicht auch noch ein bisschen was bei der X-Achse? Und jetzt müssen wir aber daran denken, dass wir auch diesen Pfad umkehren. Und ich starte noch einmal die Vorschau. Jetzt kommt das hier alles so schön zusammen und die Frau hebt ihren Kopf. Also ich finde, das ist immer eine richtige Belohnung, wenn man damit fertig ist. Auch mit kleinen, feinen Bewegungen unterstützt ihr die Erzählung. Und uns unterstützt ihr, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Oder auch einen Kommentar hinterlasst. Also, falls ihr es noch immer nicht gemacht habt, aber das Video bis hierher geschaut habt, dann könnt ihr auch jetzt endlich mal den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich das nächste Video auch nicht. YouTube würde euch daran erinnern. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.